Hallo und herzlich willkommen, lieber Wassermann. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für diese Woche. Ich möchte schauen, was die Nachricht, die Botschaft ist von der geistigen Welt an dich, was es einfach zu beachten gibt diese Woche. Dann beginne ich auch gleich und bitte die geistige Welt um eine Energie für den Wassermann. Bitte eine Nachricht, eine Botschaft für den Wassermann. Was gibt es zu beachten für den Wassermann? Gerne eine Energie für den Wassermann. Hier haben wir Königin der Münzen und zwei der Münzen. Was haben wir noch für eine Energie? Die Zehn der Stäbe Und der Herrscher An der Unterseite des Decks die Mäßigkeit Ja, lieber Wassermann, wir haben hier ein bisschen Schütze-Energie auch bei dir. Ja, es geht eigentlich bei dir darum, dass du eine Harmonie findest, ja, eine innere Harmonie. Eigentlich bist du sehr gut unterwegs, du hast eine wunderbare, leidenschaftliche, geerdete Energie, obwohl du eigentlich ein Luftzeichen bist. Aber es ist wirklich wichtig für dich, lieber Wassermann, dass du vielleicht ein bisschen flexibel bist diese Woche. Sei flexibel, denn wenn du das nicht bist, wirst du ein bisschen zu viel Ballast herumtragen, was dir einfach auch nicht gut tut. Hier geht es darum, dass du Verantwortung abgibst, dass du den Ball deinem Gegenüber gibst, dass du sagst, ja, mein liebes Gegenüber, auch du hast Verantwortung hier, um unsere Beziehung, unsere zwischenmenschlichen Dynamik Fülle hineinzubringen, ja. Gebe ab, die Verantwortung deinem Gegenüber. Die Geschlechter sind ja auch neutral zu halten. Und dann wirst du wirklich auch so einen inneren Frieden spüren, eine innere Ausgeglichenheit, eine innere Balance, die du auch natürlich schon hast, aber hier wirst du wie belohnt. Das ist ja eine Engelskarte, das ist schon eine wichtige Karte, wo es darum geht, im Frieden zu sein. Und diese Woche ist es für dich wichtig, im Frieden zu sein. Steigere dich hier nicht hinein in gewisse Diskussionen, sondern bleibe bei dir und werde einfach flexibel. Habe Geduld, die Dinge kommen in Fahrt. Es ist einfach eine schwierige Zeit im Moment. Und ja, wir hatten ja gestern den Vollmond im Steinbock und darum. Aber wir kommen langsam wieder in Fahrt diese Woche und es wird ruhiger. Habe Geduld. Lieber Wassermann, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.